Streiten Sie jetzt mehr? Ja, natürlich. Da gibt es viele Kleinigkeiten, über die man streitet, wenn man den ganzen Tag miteinander verbringt. Manchmal sage ich, sei still, Weib. Aber sie hört nicht auf mich. In guten und in schlechten Zeiten, in der ostukrainischen Bergbaustadt Siewersk, in der Oblast Donetsk, überwiegen seit fast elf Monaten die schlechten. So auch für das Ehepaar Murenjetz. Seit Kriegsbeginn verbringen sie mehr Zeit miteinander als in 40 Ehejahren zuvor. Meist im Luftschutzkeller. Es gibt die ganze Zeit Beschuss. Man weiß schon gar nicht mehr, ob es sich dabei um russischen oder ukrainischen Beschuss handelt. Laut einem ortsansässigen ehemaligen Bergarbeiter haben sich die Menschen an die Situation in Siewersk schnell angepasst. Wenn es einen starken Bomben-Einschlag gibt, bereits am dritten Tag, gewöhnen sie sich daran und leben normal weiter. So hart man sich auch gibt, der Krieg hinterlässt bei allen Ehepaaren Spuren und bringt sie in Notsituationen, die nur gemeinsam durchgestanden werden können. Tamara Sirenko ist auf ihren Ehemann Alexander angewiesen. Sie leidet unter Diabetes und einem geschwollenen Bein, das jeden Tag neu wandaschiert werden muss. Ich lasse meine Frau nicht fallen. Ich beschütze sie, damit sie den Krieg und die Angst weniger spürt. Ich mache alles für sie. Sie weiß auch, dass ich ein Witzbold bin. Ich mache weiter Witze, egal ob es Krieg gibt oder nicht. Ich lasse nicht zu, dass sie sich traurig oder einsam fühlt. Ich würde damit nie allein fertig werden. Ein Paar, das in der Heimat zusammenbleibt, trotz aller Widrigkeiten. Die meisten der zuvor 12.000 EinwohnerInnen Seversks sind vor den russischen Angriffen geflohen. Vergangenen Sommer versuchten russische Streitkräfte, die Stadt zu erobern. Den Ukrainerinnen gelang es jedoch, sie zu vertreiben. Die kritische Infrastruktur der Stadt, wie Schuhen und Fabriken, liegt bis heute in Trümmern. wird ein Training ... ... ... ... ... ...